Gut, 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 gut. Drücken wir direkt mal der Ding da. Weiter mal eigentlich. Und? So. 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 Hast du das auch ein Schild? So. 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 geht eigentlich dort gar dann ist die Cola auch massiv die Cola ist die Cola ist die Cola ist das die Cola ist Vielen Dank. Ich habe gedacht, der Lader bleibt bis zu seinem seligen Ende gleichgestellt. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Gut, dann lege ich mal los. Ich werde dir mal nicht verwirrt. Let's go, girls. 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 Mäuschen. Schön schön. Warte, 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 ob das dann irgendwie extra Punkte gibt. Oh, es kommt zu mir. Ja, Moment, Mäuschen hat vor. Mäuschen hat vor. Hm? Okay. sind viel jetzt wirklich punkt 20 sollte ich dann aufhören um solche trinken zu können was ist gut gucken was ich muss schnell an 65 kunde all haben was können hervorragend jetzt kommt es auf was war denn das doch gut aber noch schnell mit dem ding noch einmal ohne amok laufen eigentlich kauf ich nicht das ist egal wenn du da leer ist ja 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 es ist so genau was er dahin geront hat Was bedeutet der Scheißer? Gut, und diese Hermen Enttäuschung wenden wir den Tag für heute. Was ist morgen los ins Wochenende? Ihr wisst, diesen hier ganz gerne oder wollt Kommentare an hier oder auf discord.projekt.niz. Und wenn ihr kein Video dieser hochwertigen Content-Dingsbums verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und ich habe den Algorithmus bedient. Alles klar, würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen.